In diesem Video geht es um verschiedene Szenarien bei virtuellen privaten Netzen. Ich habe jetzt hier mal ein Szenario auf dieser Folie vorbereitet. Also wir haben hier einen Versicherungskonzern und hier oben links sehen Sie dessen Zentrale dann. Das ist ein recht aufwendiges Netz hier, auch wenn das nur jetzt teilweise hier angedeutet ist. Und ja, diese Zentrale des Versicherungskonzerns, die soll halt mit anderen Zweigstellen und weiteren Dingen hier vernetzt werden. Und dann ist es natürlich heutzutage dann oder generell halt viel zu aufwendig, wenn man eigene Kabel dafür verlegen würde. Das heißt, wenn der Versicherungskonzern jetzt in jeder größeren Stadt irgendein Versicherungsbüro hat, dann kann man ja gar nicht eigene Kabel da verlegen. Das heißt, man muss irgendwie auf der öffentlichen Infrastruktur aufsetzen und darüber dann eine eigene Infrastruktur bilden. Denn ja, und hat dabei die Schwierigkeit, dass die öffentliche Infrastruktur, die man hier in der Mitte hat, die jetzt allgemein hier das Internet ist, dass die nicht vertrauenswürdig ist. Das heißt, ich muss dann die Kommunikation über das Internet hinkriegen und dabei muss es aber trotzdem dann, ja, muss man mit diesen Risiken des Internets umgehen können. Okay, erstmal wollen wir jetzt hier verschiedene Szenarien nochmal weiter angucken. Also die Zentrale möchte halt mit verschiedensten Zweigstellen kommunizieren. Dann gibt es auch die Situation, dass man eigene Mitarbeiter hat, die zum Beispiel von entweder von zu Hause aus oder wenn sie sich irgendwie bewegen, dass sie dann auch Zugang erhalten sollen hier in Richtung der Konzernzentrale. Und wenn man jetzt irgendwie andere Unternehmen hat, mit denen man Daten austauscht, was sie sich mit Banken oder so, dann soll das ja auch in vertrauenswürdiger Art und Weise, aber auch wieder über die nicht vertrauenswürdige Infrastruktur hier geschehen. Okay, erstmal können wir diese verschiedenen Szenarien nochmal genauer uns anschauen. Also das wäre jetzt hier das Szenario, wo die Zentrale mit ihren Zweigstellen kommuniziert und das nennt man auch das Intranet-VPN-Szenario. Denn das Ganze soll so aussehen, als wäre das ein großes lokales Netzwerk der ganzen Organisation, was hier entsteht. Das heißt, es soll davon abstrahiert werden, dass überhaupt in der Mitte hier dieses Internet dazwischen ist. Es soll so sein, als würde man jetzt hier mit seinen Nachbarn hier, als würden jetzt hier wie diese beiden Rechner hier direkt miteinander kommunizieren. So soll auch die Kommunikation hier mit diesem Rechner hier wirken dann. Und das Ganze nennt man auch das Side-to-Side-VPN-Szenario. Mit Side ist hier einfach ein kompletter Standort gemeint, den man mit anderen Standorten vernetzen möchte. Und man macht hier dann typischerweise eine zentrale Konfiguration. Das heißt, nicht jedes einzelne Endgerät, was man hier so hat, soll jetzt hier speziell konfiguriert werden, sondern an den Übergabepunkten hier von dem Internet in das Internet, da sollen spezielle Konfigurationen vorgenommen werden. Und man spricht hier auch von sogenannten Tunneln. Also das sieht man jetzt nochmal auf dieser Abbildung hier, wo so ein Tunnel hier dargestellt ist und wo hier die Tunneleingangs- und Ausgangspunkte sind. Das bedeutet dann technisch, dass man weitere Kontrolldaten hinzufügt, die dann ermöglichen, dass die Daten durch das Internet fließen und die eigentlichen Daten, die man vorher aber hatte, dass diese eingepackt werden und dann gegebenenfalls verschlüsselt hier über das Internet übertragen werden können. Denn insgesamt möchte man hier gerne die verschiedenen Sicherheitsziele, also die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Datenübertragung hier sicherstellen. Und in diesem Szenario ist insbesondere eine Realisierung mit dem IPsec möglich. Wir haben ja dann weitere Videos, die den IPsec und auch dann später das SSL-TLS noch genauer erklären. Ja, ein weiteres Szenario ist das sogenannte Remote Access VPN Szenario oder was man auch End-to-Site Szenario nennt. Das heißt, hier hat man ein einzelnes Gerät wie das Notebook oder einen Heimarbeitsplatz und diese Endgeräte, die sollen auch mit in das Netzwerk des Versicherungskonzerns hier an der Zentrale eingebunden werden. Und ja, und auch die Sicherheit muss aber dabei dann gewährleistet werden. Das heißt, man hat hier wiederum auch solche Tunnelstrukturen, die man hier macht und muss aber an der Stelle jetzt dann die Konfiguration wirklich auf diesen Endgeräten vornehmen. Das heißt, der Nutzer, der muss hier auch schon aufpassen, dass sein Gerät nicht zum Einfallstor in das sonst abgesicherte Netzwerk wird, weil hier würde man ja normalerweise auch Firewall-Konfigurationen und so weiter machen, um dieses Netzwerk zu schützen. Das heißt, diese Endgeräte müssen geschützt werden. Sie müssen einen speziellen VPN-Client haben, sich davor in Acht nehmen vor Viren und müssen auch entsprechende Firewall-Konfigurationen haben. Bei diesem Szenario wäre jetzt eine Realisierung mit IPsec oder mit SSL-TLS möglich. Es hängt davon ab, was man jetzt für Anwendungen hier auf den Endgeräten machen will. Sind das relativ viele verschiedene Anwendungen und auch keine Web-Anwendungen dabei, dann bietet sich eher IPsec an. Sind das nur wenige webbasierte Anwendungen, dann ist eine Lösung mit SSL-TLS sehr günstig. Ein weiteres Szenario, was man noch hat, ist, wenn man jetzt so eine Firma hat und die Firma mit aber auch noch komplett anderen Firmen kommunizieren lassen möchte. Also, wenn man sich zum Beispiel jetzt so etwas vorstellt, dass dieser Versicherungskonzern hier dann mit vielen Beratungsunternehmen zusammenarbeitet und diese Beratung auch von externen erfolgen soll, dann ist halt die Frage, wie man die technischen Systeme miteinander koppelt. Das nennt man dann das Extranet-VPN-Szenario, wobei es hier sehr stark davon abhängt, wie die Art der Zusammenarbeit ist. Hier werden dann auch Konfigurationen mittels IPsec und SSL-TLS möglich. Und schließlich das letzte Szenario, das End-to-End-VPN-Szenario. Also, hier sollen jetzt zwei Endpunkte miteinander kommunizieren. Ja, ich habe das jetzt mal basierend auf dem Szenario, was wir bisher schon hatten, aber es könnte jetzt auch vorstellen, die unabhängig von irgendeiner Firma sein, dass man jetzt zwei einzelne Geräte miteinander kommunizieren lassen möchte. Und ja, da müssen halt beide Geräte dieses entsprechend konfigurieren. Und man hat dann allerdings eine sehr hohe Sicherheit möglich, denn der Tunnel beginnt wirklich bei den Endgeräten direkt und es sind nicht irgendwelche ungeschützten Bereiche dabei, denen man vertrauen muss. Denn das Szenario, wie wir es vorher hatten mit diesen Firmenzentralen, da wurde schon davon ausgegangen, dass man sich innerhalb der Firmenzentrale dann vertraut. Und dieses End-to-End-VPN-Szenario, das kann man oftmals mittels SSL-TLS, zum Beispiel mit dem Tool OpenVPN, realisieren. Oder hier wäre auch SSH eine gute Möglichkeit. Und das ist ein bisschen eine gute Möglichkeit.